Und aus New York zugeschaltet ist jetzt Professor Alexander Görlach, Demokratieexperte und Politologe an der New York University. Herr Görlach, wir haben es gerade gehört, die USA drohen China mit erheblichen Folgen für den Fall, dass China Waffen oder Munition an Russland liefert. China dementiert das zwar, aber was für Folgen könnten das denn sein? Also pünktlich zum, also quasi fast zeitgenau zum Auftritt von Wang Yi bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat das Wall Street Journal einen Artikel gebracht, wo so eine Drohnenlieferung von chinesischen Firmen in die Ukraine an die russische Front ging. Und das stand ja sozusagen quasi in Alliance mit Iran, der auch solche Drohnen an die ukrainische Grenze oder an die Front geschickt haben soll. Und das erzeugt eben diesen Druck jetzt zu sagen, wenn China diesen Krieg beliefert, dann müssen eben Sanktionen auch gegenüber der Volksrepublik greifen. Und das ist quasi jetzt diese Gemengelage, in der sich Peking und Amerika empfinden. Jetzt ist ja das chinesisch-amerikanische Verhältnis momentan ohnehin ziemlich gespannt. Nach diesen jüngsten Ballon-Zwischenfällen dann die Absage des China-Besuchs von US-Außenminister Blinken. Wie sehen Sie das? Gut, also man hat in der Vergangenheit versucht, in der jüngeren Vergangenheit versucht, den Ton ein bisschen zu dämpfen, die Aggression. Es gibt einen neuen Außenminister, der vorher Botschafter in den USA war. Also auch das sollte so in gewisser Weise die Tonalität zwischen den beiden Ländern verändern. Gleichwohl versucht Peking nun schon seit einem Jahr die Quartalur des Kreises. Zum einen sagt Peking, wir stehen zur Souveränität und zur Nationalstaatsintegrität, wie es in der UN-Charta festgelegt ist. Gleichzeitig hat aber der Busenfreund Russland genau diese Integrität eines anderen Landes gebrochen, die Souveränität massiv verletzt und einen Angriffskrieg gestartet. Und das ist eben ein Problem, aus dem Peking so leicht nicht rauskommt. Und deswegen wird auch immer auf die USA verwiesen, zu sagen, ja, ihr schickt ja die Waffen dahin und in die Ukraine. Und der Punkt ist aber, Moment, aber es gab einen Angriffskrieg, also einen Völkerrechtsbruch eben Russlands. Und deswegen gibt es eine internationale Verpflichtung, dem bedrohten Land, dem unterjochten Land eben beizustehen. Also das heißt, in dieser Lage versucht eben Peking alle Verantwortung auf die Amerikaner zu lenken. Gleichzeitig hat es sein eigenes politisches Dilemma, wenn es um die Integrität und die Souveränität der Ukraine geht. Jetzt gab es ja vor etwa einem Jahr, also zu Beginn des Ukraine-Krieges, schon die Angst, dass China sich auf die Seite Russlands schlagen würde und eben Russland massiv unterstützen würde. Das war ja damals nicht geschehen, jetzt ist diese Angst aber irgendwie wieder akut geworden. Gibt es eine Erklärung dafür? Naja, also China ist der einzige und der letzte verbliebene wirklich mächtige Partner Russlands. Und China hat ein Interesse daran, dass Russland diesen Krieg gewinnt. Nicht nur hilft die russische Armee der chinesischen Barriere gerade stattfindenden Modernisierung, und es ist eben halt auch der einzige letzte und starke Partner gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das schweißt ja Putin und Xi zusammen, dass ihr gemeinsames Interesse ist, die USA aus ihrer, wie sie es denken, jeweiligen Meistersphäre herauszutreiben. Also Putin, die USA aus der Ukraine und Europa und Xi Jinping eben aus dem gesamten westpazifischen Raum. Beide Potentaten haben also im vergangenen Jahr glorreiches erreicht, nämlich nichts. Genau das Gegenteil dessen, was sie wollten, nämlich die Allianzen von Indonesien bis Japan, Taiwan natürlich. Aber auch die westliche Allianz hier in Europa sind ja stärker, sind so stark wie lange nicht mehr. Das heißt also, die Idee, die freiheitliche Welt oder die demokratische Welt unter Führung der USA quasi aus sogenannten Einflusszonen herauszuhalten, ist ja in beiden Fällen missglückt. Jetzt ist es ja so, dass Russland als Partner für China weit weniger bedeutend ist, zumindest was den Handel angeht, als eben die westlichen Staaten, als Europa. Wie rational unterscheidet denn China eben zwischen dem politischen Ziel, dass nämlich die USA nicht noch weiter gestärkt werden und die westlichen Demokratien und dem ökonomischen Ziel, um eben weiter Handel mit der Welt zu treiben? Also darüber, an diese Frage dockt direkt an. Also auch diese, wir haben eine Wahrnehmung in der westlichen Welt, die hat was mit unserer geografischen Nähe eben auch zur Ukraine zu tun, mit unserer Allianz zu tun. Aber China versucht eben nicht jetzt sozusagen diese freie Welt zu umgarnen, sondern den sogenannten globalen Süden. Und da gibt es eben genügend Länder, die eben aufgrund der regionalen Ferne, aber auch aufgrund von Handelsbeziehungen zu Russland und China, Indien ist da zum Beispiel ein interessantes Beispiel, eben eine andere Lösung favorisieren und auch in anderer, eben weil sie geografisch nicht so nahe sind, eben auch eine andere Sicht auf die Dinge haben. Und wenn sie dann doch näher am Orbit Pekings dran sind, dann ist es eben wichtiger, was in Peking passiert, als in Washington, Stichwort Indien. Und diesen globalen Süden, den hat Peking, ich will jetzt nicht sagen hinter sich, aber da hat es noch eine größere Menge Länder, die auf der Seite China stehen, beziehungsweise der chinesischen Position nicht ganz unfreundlich gegenüberstehen. Und zu dieser Audience, dieser Gruppe spricht natürlich auch der chinesische Top-Diplomat Wang Yi, wenn er diese Friedensinitiative ins Gespräch bringt. Also auch der brasilianische Präsident Lula hat vor ein paar Wochen gesagt, wir würden also so eine Friedensinitiative der Volksrempflicht unterstützen. Also in dieser Gemengelage. Und da bleiben natürlich dann auch die Handelskanäle offen in diesem globalen Süden, mit dem Peking ja nun sehr viel zu tun hat. Jetzt hat der ukrainische Präsident Zelensky heute gesagt, ein Bündnis von China und Russland würde einen Weltkrieg bedeuten. Halten Sie dieses Szenario für realistisch? Naja, aus der Bedrohungssituation, also die geografische Rede von der Sprache ist ja nun unmittelbar in der Ukraine. Das heißt also, von da aus hat man natürlich vielleicht auch noch mal ganz sicher auch einen ganz anderen Blick und auch einen ganz anderen, wenn sie ein Jahr lang unter Bombenfeuer gelebt haben, dann sind sie natürlich, also wie soll ich sagen, entsprechend sensibilisiert. Und so eine Eskalation wird China nicht wollen. Also das heißt auch, diese Eskalation ist dann auch nicht zwangsläufig. Also China wird keine Truppen an die ukrainische Grenze schicken und dergleichen. Und China wird auch alles tun, um eine Eskalation mit den Vereinigten Staaten, eine militärische Eskalation zu verhindern. Und es ist schon gar eine nukleare Eskalation. Also das heißt, ja, die Gefahr besteht natürlich, dass die NATO in einen Konflikt mit Russland und damit indirekt in China gerät. Es besteht natürlich immer die Gefahr, dass China versucht, Taiwan zu annektieren. Und dann kommen die USA auch wieder ins Spiel. Aber so eine unmittelbare Weltkriegsgefahr, Eskalationsgefahr sehe ich in dem Zusammenhang nicht, weil eben die Volksrepublik auch an so einer Eskalation gar kein Interesse hat. Sagt Professor Alexander Görlach. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Vielen Dank.